Ist jetzt live? Okay, sicher? Bei mir hat sich nichts verändert. Na gut, okay, dann fange ich an. So, Samstag Nachmittag, 17.25 Uhr an einem warmen Novembertag und was kann es da für einen besseren Termin geben als einen schönen Vortrag? Und deshalb herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Komm, wir dissen die vom Government. Ja, das ist natürlich ein Clickbaiting-Titel, aber ich wollte auch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Es geht um was Schönes heute. Wir haben nur 20 Minuten, deshalb möchte ich die Zeit auch nutzen. Ich stelle mich kurz vor, dann gehen wir auf das Thema moderne Verwaltung ein, werden gucken, ob die Verwaltung wirklich so modern ist. Dann zeige ich auch den souveränen Arbeitsplatz. Was bedeutet denn souveräner Arbeitsplatz und wie sieht das drumherum um den souveränen Arbeitsplatz aus? Und danach zeige ich nochmal kurz, was alles drin steckt. Ich wurde von der Regie angewiesen, nochmal zu sagen, Fragen bitte am Ende. Das kann man offensichtlich frei handhaben, aber es bringt mir nichts, wenn der anderen unterbrochen wird, der Termin. Deshalb bitte die Fragen, wenn Fragen auftauchen am Ende. Ich gebe auch extra Gas. Kurz zu meiner Person. Ich bin Lars Höger, 50 Jahre alt, habe davon Gott sei Dank 24 Jahre mit Linux verbracht. Das ist meine erste große Liebe sozusagen. Seit 23 Jahren arbeite ich auch mit Linux im Job. Und von diesen 23 Jahren habe ich den Großteil darauf verwendet, Linux-Anwendungen und Systeme zu integrieren. Und seit einem halben Jahr habe ich das Lager gewechselt, bin auf die Gestalterseite gewandert und bin jetzt bei Univention angestellt. Das ist einer der Sponsoren der TUX-Tage, hat aber mit diesem Vortrag wirklich gar nichts zu tun. Okay. Das Thema, was wir hatten, ist, dass wir auf die Verwaltungen eingehen wollen. Kommen wir Disney vom Government? Und so viel Clickbaiting ist da gar nicht drin, denn wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, wie wir Deutschen über unsere Verwaltung reden, dann ist das total kurios, weil wir machen die immer schlecht. Ich verstehe es nicht, aber grundsätzlich, mir hat noch keiner gesagt, dass Verwaltung cool ist, sondern in der Regel höre ich, Verwaltung ist nicht so cool, ist ein bisschen altbacken und unsere Verwaltung ist natürlich langsam angestaubt, unfähig, ja, ich könnte die Liste endlos fortführen. Und wenn man dann fragt, okay, und im Vergleich zu was? Ja, zu allen anderen Ländern. Alle anderen sind natürlich besser. Ist das schon das ganze Argument. Und ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist falsch. Ich habe seit einem halben Jahr jetzt sehr viel mit Verwaltung zu tun, sehr viel mit Behörde zu tun. Und diese Angestaubtheit, die da deklariert wird, die gibt es nicht. In meiner Welt, wenn ich über Verwaltung spreche, dann sieht Verwaltung mindestens so aus. Und ich meine das so. Und für alle die, die sagen, na ja, aber guck mal, die gehen doch alle immer so strikt geradeaus, manche Dinge dauern länger, Entscheidungen. Ja, Deutschland ist aber auch kein kleines Gummiboot, sondern Deutschland ist ein riesen Frachtschiff, ein riesen Containerkahn. Und sowas kann man nicht lenken wie ein Gummiboot. Also ich bin froh, dass alles so läuft, wie es läuft. Und mein Job heute ist es ja, ein Projekt vorzustellen, das ich zufällig auch mit betreue. Und in dem Zusammenhang möchte ich aber auch gleich so ein bisschen den Staub aus den Köpfen wehen lassen oder wegfegen, der in den Bildern der Verwaltung liegt quasi. Und ich zeige euch mal, wie die Verwaltung oder wie in Deutschland mit dem Thema digitale Souveränität umgegangen wird. Aber Vorsicht, das kann ich nur tangieren, weil wir nur 20 Minuten haben. Und es wäre ja blöd, wenn ich das jetzt alles dafür verbrate. Aber gut, Thema digitale Souveränität ist seit ein paar Jahren sehr, sehr populär, auch in den Verwaltungen sehr populär. Wer der Auslöser war, komme ich später zu. Aber was heißt denn das, wenn die über digitale Souveränität reden? Na, also wir schauen uns mal an, was in den letzten paar Jahren maximal aus dem Nichts gestampft wurde. Die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie, das ist ein riesen Pamphlet. Das ist wirklich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ich empfehle jedem mal, der auch beruflich damit zu tun hat, mit Cloud-Strategien, auf die Seiten des BMI zu gehen und tatsächlich mal unter der digitalen Souveränität das Thema DVS sich durchzulesen. Auch warum die welche Entscheidungen gefällt haben, das ist schon beeindruckend. Zendes, ein Leuchtturmprojekt in meinen Augen, das Zentrum für digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Da wird sehr klar koordiniert, warum welche Software, Open Source Software eingesetzt wird. Der Andreas Reckhardt-Lodde hat mal einen Podcast gemacht, muss man googeln. Ich habe leider nicht so viel Zeit, dass ich jetzt hier noch alles erklären kann, aber auch das wird auf den Seiten von BMI hervorragend erklärt. Dann Open Code, auch Hammer. Open Code ist eine Open Source Plattform der öffentlichen Verwaltung. Das ist ein Repository, da könnt ihr drauf, da könnt ihr euch registrieren und dann seht ihr, was da passiert. Also nicht meckern und sagen, das ist alles blöd. Ruhig mal aktiv hingehen und ruhig mal aktiv gucken. Ja, und dann haben wir natürlich so ein kleines Highlight. Das ist ja der Grund für diesen Vortrag. Der souveräne Arbeitsplatz. Moderner, Open Source Software basierender Arbeitsplatz. Das ist das, was ich Gott sei Dank betreuen darf. Ich liebe Linux, ich liebe Open Source. Das kann gar nicht besser werden. Ein souveräner Arbeitsplatz ist natürlich schon mal ein großer Begriff. Lass uns mal kurz drauf eingehen. Was ist denn der souveräne Arbeitsplatz? Da stecken jetzt zwei Wörter drin. Einmal souverän und einmal Arbeitsplatz. Und souverän kommt natürlich in diesem Kontext von digitale Souveränität. Und ich will gar nicht darauf eingehen, wie inflationär dieser Begriff mittlerweile verwendet wird und wie aufgeweicht der mittlerweile ist. Ich kann jedem nur empfehlen, es gibt da so eine kleine, niedliche Organisation, ein Verein, der heißt Open Source Business Alliance. Das ist so die Gallia, die übrig geblieben sind quasi. Und die haben vor ziemlich genau fünf Jahren das Thema digitale Souveränität aufgegriffen. Und zwar als Strategie gegen die ganzen Bedrohungen, die wir haben. Nicht um einen Stempel zu haben, sondern tatsächlich, um mal herauszufinden, was können wir tun, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen und wie können wir dagegen angehen, welche Strategien können wir entwickeln. Und da war die digitale Souveränität einer der wichtigen Punkte. Und die haben eine sehr schöne Formulierung oder eine sehr schöne Definition gefunden. Die müssen wir jetzt leider einmal durchkauen. Digitale Souveränität ist die Fähigkeit einer Organisation oder eines Individuums, selbst und sicher bestimmen zu können, wer unter welchen Bedingungen, mit welcher Software und für welchen Zweck auf die eigenen Daten zugreifen kann. Amen. Das ist wichtig, dass, wenn man das sacken lässt, dann steht da eigentlich, ich darf jederzeit überall reingucken und ich darf mir jederzeit überall angucken, wo denn meine Daten verarbeitet werden. Und das bedeutet, ich brauche Transparenz. Und das bedeutet, es muss Open Source sein. Und das finde ich ja schon wieder richtig gut. Okay, also wir reden über einen souveränen Arbeitsplatz, der mit digitaler Souveränität um die Ecke kommt. Und das kann man nicht schlecht reden. Vielleicht lockt es einem nicht hinterm Ofen vor, aber schlecht reden kann man es nicht. Digital Souverän, das ist schon ein erstrebenswerter Zustand. Und er ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Und ich bin sehr froh, dass das auch alles so gemacht werden soll. Okay, kommen wir zu dem zweiten Begriff. Und ich weiß, der eine oder andere wird jetzt Bauchschmerzen haben. Souveräner Arbeitsplatz. Open Source Technologie. Leute, Leute, jetzt warum, warum wollen wir denn den Arbeitsplatz ändern? Ohne Scheiß, komm. Wir haben, es läuft doch. Warum nehmen wir nicht den Standard? Exchange läuft, komm bitte. Ich kann mit meinem Outlook super arbeiten. Ich kann mit Teams, es läuft. Mein Windows, ich weiß genau, wo es ist. Na komm, ich komme damit gut klar, bitte. Bitte. Und lass uns mal drüber reden, was ein Arbeitsplatz denn überhaupt sein muss. Vielleicht können wir ja auf die Idee verzichten. Ich brauche nur ein paar Mails. Komm ehrlich, ein paar Termine. Vielleicht ein paar Videokonferenzen. Jede Menge Office, okay. Und ich muss auch eine große Portion Kollaboration da drin haben. Aber mehr brauche ich doch nicht. Und ich habe das doch schon alles. Läuft doch alles. Und wisst ihr was? Das Allerwichtigste. Bitte, bitte in schön. Bitte nicht so ein Scheißgefrickel. Bitte, bitte nicht. Ich will kein Libre Open. Damit kann ich nicht arbeiten. Wenn ich damit meine Word-Dokumente öffne, die fliegen mir um die Ohren. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Das muss funktionieren. Ich kann so nicht arbeiten. Soll ich meine Fotos mit GIMP öffnen? Jetzt auf einmal? Ich hoffe, ihr merkt, dass ich das gerade ganz bewusst sehr überzeichne. Aber ich kann das natürlich verstehen. Also da steckt natürlich auch eine Menge Angst dahinter. Veränderung, Neuerung. Und ja, bis jetzt wurden keine Systeme, also mir zumindest nicht bekannt, so gebaut, dass sie wirklich wie aus einem Guss aussahen. Und das muss man ja sagen, das kriegen andere wirklich besser hin. Gar keine Frage. Aber gehen wir nochmal in die Vogelperspektive. Gucken wir uns das nochmal an. Digitale Souveränität ist, glaube ich, jetzt wirklich durch. Natürlich ist gut, ist was, was wir machen können. Und schön, dass sie es tun. Und Arbeitsplatz. Okay. Also wenn es gut aussieht, das muss es. Es muss funktionieren. Es muss aussehen wie aus einem Guss und es muss hochintegriert sein. Okay. Also wenn ich dadurch keinen Nachteil habe, aber es darf nicht dieses Open Source. Das darf nicht. Also bitte, kümmert euch drum. Und ich habe ein Versprechen. Ich habe wirklich ein schönes Versprechen. Wir reden nicht über alte, verstaubte Behörden. Tun wir nicht. Und wir reden über Open Source. Aber nicht über Open Source, wie es ganz oft benutzt wird, wie ganz oft darüber gesprochen wird. Denn diese Kombination kann nur in so einem Arbeitsplatz enden. Und das ist nicht schön. Das will keiner. Ich rede von einer Verwaltung, die so aussieht. Und das meine ich auch so. Und ich rede natürlich von einer Open Source Software, die ich selber jeden Tag einsetze und die gut ist. Die auch integriert funktioniert. Und da gibt es gute Beispiele für. Und mit diesen beiden Prämissen rede ich von so einem Desktop. Und ich glaube, da bin ich sehr sicher, das ist ein Ding, da werden die meisten sagen, okay, wenn das so funktionieren kann, wie er das denn da so darstellt, nicht schlecht. Dann wollen wir da mal weitermachen. Okay, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen sehr auf den Schaum gehauen und habe gesagt, oh, das wird ein richtig gutes Produkt. Lass uns doch mal gucken, was das Produkt ausmacht. Was drumherum notwendig ist und warum ich glaube, dass es so gut ist und warum es auch wieder darstellt, warum unsere Verwaltung gar nicht so staubig ist, wie wir immer alle glauben. Warum wir es gar nicht dissen müssen. Der souveräne Arbeitsplatz, wie sieht denn da das Drumherum aus? Ich mache es ein bisschen kürzer, weil es viel ist. Das BMI hat eine unglaubliche, große Liste an, ja, wie soll man es sagen, grundsätzlichen Rahmenbedingungen definiert. Ich habe hier nur einen Ausschnitt mitgebracht. Aber ein Ding, ein Highlight, alles, was für den souveränen Arbeitsplatz mit unseren Steuergeldern erstellt wird, muss Open Source sein, muss auch Open Source verfügbar sein. Das ist total gut. Das Ganze muss, hey, da haben wir den Begriff wieder, auf Open Code veröffentlicht werden. Jeder von euch kann sich auf Open Code registrieren und kann die Komponenten runterladen, kann reinlesen, kann genau schauen, was drinsteht. Das Ding ist Open Source, transparent und modern. Dann, das wird die wenigsten hinterm Ofen hervorlocken, aber das ist ein Highlight. Grundschutzkonform. Jeder, der grundschutzkonforme Umgebungen betreibt, weiß, wie katastrophal schwer es ist, sagen wir mal, Sachen zu integrieren, die nicht grundschutzkonform funktionieren. Das ist unglaublich aufwendig. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, Komponenten, die da mit drin sind, müssen aber grundschutzkonform sein und auch C5-konform, da geht es um Cloud Services oder um Cloud Computing, dann hat jeder, der diese Software einsetzt, schon mal direkt einen Benefit, weil er weiß, es ist so. Das ist gut. Ja, Barrierefreiheit brauchen wir nicht drüber reden. Kein Extragerät, kein gar nichts. Das Zeug funktioniert, egal, wie ich an den Computer ran muss. Und jetzt kommt so ein Ding, das ist, also ich finde, das ist mindblowing. Alles muss austauschbar sein. Alles. Also auch der Hersteller Univention, der ja mein Arbeitgeber ist, muss Komponenten schreiben. Alles, was er schreibt, muss austauschbar sein. Das heißt, er muss Schnittstellen bedienen. Er muss zentral agieren oder mit zentralen Themen agieren. Und das ist wirklich, jeder schafft sich selber sozusagen ab. Aber das ist gar nicht notwendig. Also die Komponenten sind ja gut. Der Effekt ist, dass wir keinen Vendor-Login haben. Das ist krass. Das ist einfach krass. Wir programmieren eine Software, Public Money, Public Codes, ein Stichwort, die Open Source ist, die auf Open Code veröffentlicht wird, die grundschutzkonform ist, barrierefrei ist und die austauschbar ist. Jede Komponente. Das finde ich, also das ist wirklich ein gutes, gutes Signal. Okay, gucken wir mal, was denn da so bis jetzt passiert ist. Ein paar Zahlen zum Staunen. Das Projekt läuft vom 1.8. bis zum 31.12., also 1.8. dieses Jahres, bis zum Ende nächsten Jahres. Also 16 Monate. Jeder, der, und ich komme aus der Ecke, jeder, der Projekte schon geplant hat, weiß, dass 16 Monate sportlich sind. Aber wir halten das. Wir kriegen das hin. Aktuell haben wir ca. 100 Arbeitsmann-Jahre oder Arbeitsfrau-Jahre eingeplant. Das ist tatsächlich eine Größe, und wir sind bei 99,78 irgendwas Arbeitnehmerjahren, die da jetzt schon in diesen 16 Monaten eingeplant sind und die werden auch noch mehr. Wir haben mehr als 100 Personen, die aktiv an diesem System arbeiten. Tendenz stark steigend. Wir suchen auch noch. Übrigens unter Jobs findet ihr ganz tolle Angebote von Univention Jobs. Wir suchen noch Leute, die bei diesem tollen Projekt mitmachen. Und jetzt kommt, wir werden, aktuell sieben große Projekte, Softwareprodukte integrieren. Ich zeige nachher, welche. Das ist wirklich mächtig. Also die sollen integriert werden. Ziel ist neun. Wir haben tatsächlich noch zwei, wo wir nicht ganz safe sind, was die Struktur nachher angeht. Aber sieben große Dinger sind jetzt auf jeden Fall schon drin und werden gerade massiv integriert. Und Prototyp 1 ist schon fertig. Wir sind im August gestartet. Prototyp 1 ist fertig. Und ich arbeite damit jeden Tag. Tatsächlich. Wir leben ja, wir sagen ganz klar, eat your own dog food. Und ich finde, das ist eine gute Einstellung. Und das gesamte Projekt, wirklich das ganze große Projekt, wird schon über diese Komponente oder eine Komponente, die ich nachher nenne, des souveränen Arbeitsplatz quasi geplant. Und natürlich werden auch alle Dokumente über diesen souveränen Arbeitsplatz von meiner Seite schon direkt geschrieben und verfasst. Also es funktioniert. Was haben wir denn noch für Herausforderungen? Naja, die erste habe ich ja schon gesagt. 16 Monate. Alter Schwede. Das ist wirklich, wirklich ein enger Zeitplan. Aber das ist halt eben durch Manpower zu kompensieren. Und es ist, also wenn ich bei Univention 1 kennengelernt habe, die können wirklich gut organisieren. Das ist jetzt kein Rumgeschleime. Das ist wirklich so. Und wenn ich das bei den anderen Herstellern sehe, dann denke ich mir, wow, ich könnte echt, also das ist schon ein hohes Niveau. Aber trotzdem, 16 Monate ist natürlich echt tough. Und neun große Softwareprodukte sollen integriert werden. Sieben sind schon, es sollen neun werden. Das heißt, neun verschiedene Produktzyklen, neun verschiedene Entwicklungsumgebungen, Dokumentationsarten, Dokumentationsstandard, Prozepsabläufe. Das ist neunmal alles anders. Und neunmal, wir machen das immer schon so. Und das ist auch richtig. Aus neun macht eins ist eine Herausforderung in diesem Projekt. Aber das klappt alles. Und das klappt alles sehr gut, weil es was Wunderbares gibt. Alle, wirklich alle in diesem Projekt arbeiten ganz intensiv auf das gemeinsame Ziel zu. Nämlich am 31.12.2023 die erste Version des souveränen Arbeitsplatzes zu releasen. Und was mir, und das muss ich erwähnen, einfach aufgefallen ist, das sage ich auch kurioserweise so gut wie in jedem Termin, wir haben einen unglaublich respektvollen Umgang untereinander. Also wirklich alle. Ich rede da wirklich von jedem. Wir sind extrem effizient in der Kommunikation und wir sind offen. Komplett offen. Und das hilft gerade. Wir unterstützen uns alle gegenseitig. Das ist wirklich was Wunderbares in diesem Projekt. Und ja, wir sind natürlich, und vor allen Dingen ich, wir sind absolut davon überzeugt, dass der sovereign workplace oder der souveräne Arbeitsplatz ein absolut großer Wurf wird. Wirklich. Das wird ein Game Changer. Und in Europa gucken schon einige Länder auf uns und sagen, oh, was machen die denn da? Das ist wirklich gut. Und ich sage auch, und das verspreche ich auch, der souveräne Arbeitsplatz wird allen Beteiligten wirklich gut tun. Das fängt ganz oben beim BMI an und hört, naja, unten ist schlecht, aber geht bis rüber zu dem letzten Enduser, der die ganze Zeit an dem Ding arbeiten muss. Die werden alle merken, dass der souveräne Arbeitsplatz ihnen gut tut. Das ist eine wirklich gute Idee, die wirklich gut umgesetzt wird. Das habe ich schon ein bisschen sehr auf den Schaum gehauen, aber es ist auch wirklich ein tolles Projekt. Ich glaube, es wird Zeit, und ich bin froh, ich bin tatsächlich gut in der Zeit. Ich glaube, es wird Zeit, mal so ein bisschen den Vorhang zu lüften. Eins muss ich gleich vorausschicken, wie gesagt, die Prototyp-Umgebung steht, die darf ich aber noch nicht zeigen. Das hat Gründe, die ich jetzt auch nicht nennen muss, aber ich kann euch sagen, was reinkommt. Und ich kann euch auf der Tonspur nochmal mitbringen, was das auch alles bedeutet. Und ehrlich, ich weiß, ich schwöre es, es gibt bestimmt drei, vier draußen, die gerne mit mir tauschen möchten, weil ich sehe manchmal Sachen. Hammer. Okay, los, was ist drin? Ah, nix. Doch, erstes Highlight, Open Exchange ist drin. Open Exchange ist aktuelle der Version 7.5 irgendwas draußen. Und ich habe wirklich eine schlechte Nachricht. Ich habe die 8.0 gesehen, die ist so krass gut. Ich muss es auch genauso sagen. Die ist, ich habe noch nie so eine geile Software gesehen für einen Mail-Server oder einen Mail-Client. Ich finde die 7.5, ja, man kann damit arbeiten. Ich will unbedingt die 8 haben. Die 8 kommt rein, die wird auf jeden Fall drin sein, kontainerisiert natürlich. Und ehrlich, das wird ein absoluter Changer. Das ist der Wahnsinn, was die für einen Schub machen von der 7.5 auf die 8. Also alle, die nichts mit dem Desktop zu tun haben und alle, die, also mit dem Arbeitsplatz zu tun haben und alle, die keine Lust haben, sich das Ganze bei OpenCode runterzuladen. Schaut euch unbedingt die 8.0 an, sobald die irgendwie draußen ist. Einfach ein Change-Log regelmäßig reinschieren und dann gucken, sobald das Ding draußen ist, lohnt sich. Was ist noch drin im souveränen Arbeitsplatz? Nextcloud. Und jetzt nicht sagen, ach komm, Nextcloud, was ist da besonders? Hochintegriert. Das heißt, wenn ich in meinem Mail-Account bin und möchte was attachen, dann sage ich Datei anhängen und es geht ein Dialog hoch, den mir sowohl meine Dateien lokal als auch in der Nextcloud anbietet. Genauso andersrum. Ich möchte was speichern, gar keine Frage. Lokal, Nextcloud, wo möchtest du denn haben? Und ich merke gar nicht, dass ich quasi alles in Nextcloud mache. Also nicht runterladen, ins Nextcloud-Ding reingehen, Plus drücken, hochladen, lalala, null, gar nicht. Ich kann es direkt ablegen. Ich navigiere dahin. Das kann ich auch mit einer Komponente, die ich noch nicht erwähnt habe, die auch ein Highlight ist. Also die Integrationstiefe ist wirklich extrem. Und mit Nextcloud kommt natürlich auch gleich schon das nächste Stück Software mit. Jawollo, Collabora Online. Jetzt werden die ein oder anderen sagen, na, ist jetzt aber nicht so ein Highlight. Doch, Collabora gibt gerade Vollgas. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann euch ja auch sagen, wirklich zusammen mit allen Verwaltungsmitarbeitern, die da auch regelmäßig Input liefern, die geben gerade Vollgas. Die analysieren tausende Seiten von Dokumenten, gehen durch tausende Zeilen Makros durch, durch alle möglichen Formulare und bringen gerade einen Aufwand in die Kompatibilität. Das ist der helle Wahnsinn. Collabora Office integriert in den souveränen Arbeitsplatz 2023 wird definitiv was viel Besseres werden, als wir es bis jetzt kennen. Und ich freue mich da schon drauf. Und auch Collabora sind Leute, also das ist wirklich ein Highlight, mit so Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Nächstes Thema, Element ist drin. Element als, ja, Chat- oder Kommunikationsebene, basiert auf Matrix. Ey, das ist schon wirklich eine gute Nachricht. Und da, was ist da drin? Da ist drin ganz normal Chat, mit Chatraum, die ganzen Kram, so wie man es kennt. Emojis können auch verschickt werden. Ich kann Videokonferenzen machen, ich kann, ja, alles. Also, was kann man denn nochmal? Telefonieren kann ich damit auch. Also, es ist halt eben ein Chatraum. Online kann ich, also wenn ich das zum Beispiel am PC nutze, dann habe ich mehr Möglichkeiten, zumindest vom Platz. Kann ich Whiteboards machen, kann Dokumente gemeinsam bearbeiten. Das ist also echt ein krasses Ding. Und es ist auch hochgradig integriert. So, jetzt kommen wir zu meinem weiteren Highlight. Das ist mein persönliches Highlight, weil ich jeden Tag damit arbeite. Und ich liebe diese Software. Ich liebe alle anderen auch, aber es tut mir leid. Wahrscheinlich werden jetzt fünf zickig, aber ich mag Open Project. Ich muss es leider so sagen. Es ist einfach mal eine richtig gute Software. Ich steuere das ganze Projekt mit dieser Software. Und sie ist einfach. Sie ist transparent. Sie ist, es ist schön. Wirklich schön. Schaut es euch an. Nehmt es mit, wenn ihr es nicht im Desktop mitbekommt. Lohnt sich auf jeden Fall. So, ich will jetzt nicht noch weitermachen. Es kommt noch X-Wiki mit rein für Knowledge, also für Wissenstransfer. Da kann ich noch nicht ganz so viel sagen, weil X-Wiki ist jetzt gerade in der Onboarding-Phase. Und da werden wir jetzt relativ schnell eine Gap-Analyse erstellen. Also gucken, okay, du bist drin. Was fehlt noch? Aber auch die hauen schon richtig in die Tasten. Ist auch ganz toll, der Kontakt. Naja, und last but not least, das Ganze wird im Moment noch zusammengehalten. Es ist ja alles austauschbar. Ich hoffe, es wird für immer so zusammengehalten. Natürlich ist der Univention Corporated Server im Hintergrund. Also das Portal von Univention ist im Hintergrund. Und das Identity Access Management ist im Hintergrund. So, summa summarum, haben wir hier wirklich große, namhafte Hersteller. Open Exchange hat 220 Millionen Mail-Konten, die die verwalten. Die wissen, wie man skaliert. Nextcloud, jeder kennt es. Collabora, die geben gerade Vollgas, um kompatibel zu werden. Office können die. Jetzt wollen sie nur kompatibel werden. Element, etabliert und gut. X-Wiki, wahrscheinlich sehr, sehr gut. Open Project, mehr darf ich aber nicht machen, sonst werden alle anderen eifersüchtig. Und Univention, klar, super Arbeitgeber übrigens, aber Univention, natürlich eine ganz etablierte und gute Software. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich. Ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen. Das möchte ich an der Stelle ankündigen. Ich will nämlich dann zeigen, wie weit wir gekommen sind. Ich habe ja jetzt sehr, sehr viel Werbung gemacht. Wenn Fragen da sind, bin ich jetzt für Fragen da. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte Fragen stellen, wenn welche da sind. Also, die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit Vielen Dank.